Hallöchen Freunde und Willkommen zurück bei Let's Play Slender Spots. Ich habe mich mal wieder halbwegs gefasst. Es ist jetzt glaube ich... Wie lange ist es her? Ich weiß gar nicht. Zwei Tage? Kann das sein? Kann das hinkommen, wo ich die letzte Aufnahme gemacht habe? Keine Ahnung. Weißt du nicht mehr genau. Story Mode. Load Game. Sag, ich guck mir das jetzt gerade erstmal nochmal an. Wir sind da unten rechts. Und wir müssen hin. Oben links. Okay. Jetzt gucken wir oben auf den Kompass. Das müsste ja dann, wenn wir aus der Sägemühle rauskommen, Richtung Nordosten. Oder? Oder? Ja. Ich werde dann bei dem Stand überlegen, ob das dann so stimmt. Ja, müsste aber. Oder doch. Ja, einfach nur nach Nordosten. Das ist ein Weg auf der Karte eingezeichnet, aber bis ich den finde. Ich glaube es nicht, dass ich den überhaupt finde. Probieren wir das einfach raus. Slenderman! Oh! Uiuiuiuiuiuiuiui! Ich hätte nichts sagen sollen. Oh nein, ich bin doch noch falsch gerammt. Aaaaaa... Aaaaaa... Hahaha... Aaaaaa... Hype, brück dich, alles wird gut. Help! Help, lass mich raus! Okay, okay, okay. Die Musik ist zwar gerade etwas arg laut, aber egal. Okay, okay, Nordosten. Nord-Osten. Das hier ist Nord-Osten. Das sieht doch aus wie ein Weg. Oh Gott, ist die Musik gerade so derblaut, ey. Laufe ich überhaupt noch richtig? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal gerade den Weg hier entlang. Vielleicht kommen wir so ans Ziel, wer weiß. Moment, das hier ist das Haus. Jetzt musst du mir überlegen. Wenn wir jetzt hier den Weg lang laufen... Boah! Boah! Mein Herz! Mein armes Herz! Oh Gott! Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Yes. Okay. Ganz ruhig, aber alles wird gut. Äh, Gott in mir. Naja, da, Escape. Okay, ähm, Ansage jetzt. Wir waren draußen, wir haben sogar einen Weg gefunden und ich weiß jetzt auch ungefähr, wie wir laufen müssen, wenn wir raus wollen. Und der Cinnamon wird wahrscheinlich zu 100% jetzt immer da direkt dann vor uns spawnen. Das heißt, darauf kann ich mich schon mal vorbereiten. Mental und alles und hier... Mein Gott, ich bin schon wieder froh, wenn ich die Aufnahme beenden kann. Dabei haben wir noch nicht mal vier Minuten aufgenommen. Aber egal, jetzt ist... Die Scheiße ist halt echt, wie wir laufen müssen, ohne dass der uns dann halt auch noch schnappt. Das heißt, wir gucken, dass wir rauskommen. Und, äh... Den Weg sind wir richtig gelaufen. Wir müssen uns nur ein bisschen mehr rechts halten. Ob wir das schaffen, finden wir es heraus. Ach Gott, macht das ja viel Spaß hier. Ja, da ist er. Ja, da war er auch schon. Geh hoch, geh hoch. Das einzige Problem, das ich auch noch habe, ist gerade der Sound. Moment mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das für euch jetzt zu leise ist. Keine Ahnung, muss ich mir dann, ja, angucken. Aber für mich war es gerade einfach zu laut. Legen wir los. Wo muss ich langs? Da hinten muss ich langs. Tüp-tüp-tüp-tüp-tüp-tü-tüp-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Bonanza! Wo geht's da raus? Da hinten. Okay. Hype renn auf dem Weg, verdammt. Okay, okay. Wir sind auf dem Weg. Zapp, zapp, zapp. Könnt' man da mehr nur die draus machen, aus dem Schritte-Sound? So, noch mal kurz das Mikrofon richtig gebogen Leute, wir könnten auf dem richtigen Weg sein Nein, sind wir nicht, wir rennen gerade nach Was war das denn jetzt bitte? Da ist eine Höhle! Oh nein! Nein! Komm! Du verdammtes Arsch! Du verdammtes Arsch! Ah, da war die Höhle und jetzt hab ich sie gefunden! Nein, verdammt! Ist er zum Kotzen hier? Ach, verdammte Kacke, ja, buh! Dieser verdammte Drecksarsch Ach, jetzt renn noch mal, verdammte Kacke Hopp, auf! Lauf, Junge, lauf! Es geht um ein verdammtes Leben! Das kann ja doch nicht so wenig bedeuten! Okay, wir wissen jetzt, wo wir langs müssen Immerhin, immerhin! Oder? Hab ich's wieder ver... ...kennend? Verkackt? Na, ich glaub, ich lauf wieder falsch, oder? Nein, ich... Ich kann richtig laufen! Ich kann richtig laufen! Ja! Nein, jetzt kommt der gleich wieder! Nein! Nein, 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 nein! Please, let me do it, please, let me do it in time! da war irgendwas zum klicken keine Ahnung jetzt bin ich leicht verwirrt das war doch eine Höhle da hat was auf dem Boden gelegen da hat was auf dem Boden gelegen und da ist er doch da ist er doch ja ich hab ihn nein 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 doch in der Hand verdammter Babsack Babsack Scheiße aber ich weiß wo der Schlüssel ist Leute okay 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 und auf Boom Kabam ja wunderherrlich das macht er wie ein Gewitterding ins eh das ist ja der bleibt doch nicht hängen Lauf Junge Lauf Lauf um dein verdammtes Leben Lauf als wäre das Rinderman hinter dir Renn Renn Lauf 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 ich höre wieder was, 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 ich höre wieder was. Ich habe ihn, ich habe ihn, yay. Jetzt muss ich nur wieder zurück. Ah, nein, nein, hör doch auf, hör doch auf, hör doch auf, nein, nein. Ey Leute, ich lebe noch, ich lebe noch. Oh, komm schon. Wie soll ich denn das zeitlich gesehen schaffen? Drecks, Kerl. Das war ein schlimmer Dämm. Ja, kabem. Kabem, kabumm, kabim, kabam. Ich gehe mit meiner Laterne und meiner Laterne mit mir. Da oben reuchten die Sterne, da unten reuchten wir. Ach, kann ich nicht so schön singen? Ich sollte mal wieder Singster auspacken, dann spielen. Ja, machen wir hier einen Let's Sing Singster oder einen Let's Play Singster. Hey, yay. Bestimmt, ist äußerst interessant. Aber okay, wenn der jetzt hinter mir ist, oh, ich höre wieder was Gras spülen, was Gras spülen. Geh weg, Junge. Bleib bloß weg von mir. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Ich schaffe es, irgendwie. Irgendwie werde ich es machen. Komm schon. Oh, nein. Komm schon. Ich bin leicht überfordert, ne? Ich weiß, wo ich den Schlüssel finde und alles, aber... Ich komme nicht mehr zurück. Ist gerade leicht zum Kotzen, ne? Irgendwie. Ach, wollte ich auch gar nicht. Kabem, ja, hallo. So, äh, da, 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 so. Äh, das ist jetzt im Kotzen hier jetzt. Weiß ich, wo der Schlüssel ist. Ich weiß genau, wie ich laufen muss und alles, aber... Der kriegt mich trotzdem irgendwie immer. Ich versuche jetzt noch einmal so, mich mal... Dann danach einfach umzudrehen. Ich höre wieder etwas Grisch spülen und Gras spülen und Grus spülen. Nein, da ist er. Ach, jetzt werde ich angerufen. Das kann er mit wahr sagen. Ach, Leute.